UNTERTITELUNG coke d MAN Munch 10 ON 2 ON dass er dann ist. Ich habe mich zu Hause. Und ich habe mich zu Hause. Ich habe dich nicht mehr, mit ihm zu Hause, wo ich dich nicht mehr verstehe. Und ich habe mich zu Hause, dass ich mich nicht mehr verstehe. Ich habe mich nicht mehr im ZDF-Lag. Ich habe mir einen ZDF-Lag. . . . . ... ... ... ... Es ist eine große Herausforderung, die sich in den letzten Jahren anwesprachen. Es ist eine große Herausforderung. Und wo ist die Kinder? Die Kinder in der ersten 2 Jahre? Die Kinder in der ersten 2 Jahre? Die Kinder in der ersten 3 Jahre? Nein. Die Kinder in der ersten 4 Jahre. Aber die Kinder in der ersten 3 Jahre? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe noch einiges gelesen und ich habe noch einen schönen Tag geklagt. Ich habe mir keine einen schönen Tag auf. 7000 Dollar. Ich habe mir einen schönen Tag, aber ich habe mir einen schönen Tag. Sie haben den Tag, ich habe mir einen schönen Tag. Warum habe ich das mit mir? Das ist ja, wir sind Amerikapes. Ich habe mir, dass ich etwas für dich nicht hier habe, das ist nicht hier. Ich habe mir beispielsweise hier einen schönen Tag alles momento. Ich bin meine. Am 3 an? Ich bin meine. Wir haben ja schon. Ich bin meine. Ich bin meine. Ich bin meine. Das ist meine. Ich bin meine. Es ist nichts, du bist du? Nein, nein. Ich bin nicht aus. Ich bin nicht aus. Ich bin nicht aus. Ich habe mich für diesen Karte abgelegt. Dieser ist der Karte. Der Karte ist das. Wo ist der Karte? Dieser ist bei mir. Der Karte, da ist er. Der Karte ist ja, das Karte. Dieser Karte ist ja? Das ist der Karte. Der Karte ist das. Ich nehme die Karte. Der ist der Karte. Hier ist das Karte. Hindi ich die Karte, die Karte ist. Das war mir ab, entstattet, es war mir ab. Sie sind in die Hoffnung von 1707. Wir sind hier loben. Jetzt entspricht Sie uns hier. Wir sind hier richtig. Wir haben hier ein Ich-Zen, wir haben die watershans, und wir sollten es als ein Warteil. Sie finden unser Warteil. Wir müssen uns hier mal wiederkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020